Eine Folge direkt nach dem Elzember. Du musst jetzt diesen Auftritt fühlen. Willkommen zurück zu einem neuen Video nach dem Elzember. Das ist was Unfassbares, was wir hier erleben. Niemand, niemand hätte damit gerechnet. Trash Game! Hallo. Willkommen zurück, ich hab dich vermisst. Bitte geh nie wieder weg. Okay. Ich bin nach dem Game weg, by the way. Jungs, ich bin nicht da und hab keins zu machen. Ja, aber die haben keine Vision. Ist das hier kein Stream oder was? Ja, schon, aber mein Stream ist ja relativ open wie deine Mom. Das hat er nicht gehört. Das hat er nicht gehört. Er ist gerade aus dem Channel los. Was? Ja, ne, wir können, lass ein Geld schon, lass ein Geld schon. Pass auf, wir hauen einfach mich hier mit einer Johnny ab. Ja, los, du musst halt schon jetzt was machen. Okay. Ja, ich musste meinen Johnny zielen. Oh, das erwartet mich heute auch noch. Ich hab so viel Scheiße die letzten Tage gefressen. Ja, da muss ganz schön viel Scheiße wieder raus, ne? Das wird ein riesen Haufen, ich sagst, ja. Alter, mach ein Foto. Du hättest das nicht sagen dürfen, weißt? Nein, du darfst dir auf keinen Fall so ein Foto schicken. Ich akzeptiere das, wie du spielst. Jeder hat seine eigene Art und Weise. Jeder Mensch ist anders. Das will ich doch auch hoffen, Mr. 711. Ja, du schießt, Junge. Ich will nicht mehr Botlane gehen. Dann mach halt, wie wir anderen, auf Phil. Ja, ich mach auch Phil, let's go. Pass auf, Botlane ABC. Tobi, mach Phil jetzt. Du musst leveln, Junge. Ich bin echt Botlane, Junge. Wir müssen PvP machen. Nein, nein, ich mein mal. Oh, nice. Dann werden die Karten auch neu gemischt. Ah, ah. Oh, nein. Oh, jawoll. Ich geh jetzt auf meine Toplane, Alter. Da bin ich für Ruhe. Meine Botlane ist ja nicht. Hast du mich gerade verkauft, Tobi? Diese Frau schafft es, die dümmsten Fehler, die ich noch habe. noch nie in meinem Leben mitbekommen habe. Zu kriegen. War jeder Kacke. Die zieht das richtig an, ey. Ich zum Beispiel. Der war nicht schlecht und auch, ebenfalls haben sich meine Gefühle nicht gut gefühlt dabei. Ich kann das Ei... Ach, nee. Digga, das war komplett unnötige Ulti. Was geht ab, Dirty? Ah. Ah. Léviensan. Léviensan. Ah. Ah. Ich war fresh, weil die Scheiße von eben will ich nicht noch mal sehen. Und du beschwerst dich, dass ich immer gemeint zu dir bin. Dreckiger Bass. Ja, aber du spielst nicht mal Exhaust. Ja, das ist korrekt. Alter, du treust mich. Vielleicht bin ich auch einfach schlecht. Du dummer Swain, Alter. Ich reiß deine Scheiße Kragen auseinander, Alter. Und werf dir gegen den Kopf. Keine Kragen. Mann, Kren, du F***. Halt die F***. Dann sag doch nicht Kragen. Oh, Paul. Literally deine Stimme ist so anstrengend, Alter. Ich sch***. Was? Das darf ich nicht sagen. Ey, ich schwörste wirklich, mein Puls ist so oben in diesem Spiel gerade. Es läuft doch richtig gut gerade. Die Fieder nicht. Ja. Das. Das ist so. Aber dafür, dass wir übelst Kassiersheimer verlayen, haben wir trotzdem hart verloren. Aber ich mach ein bisschen Damage. Übrigens, ihr dürft alle nicht Stream schnappen. Wenn ihr das macht, seid ihr ehrenlos. Max, startet Blue. Was bitte, Max? Da F***? Aber das Ding ist halt, guck mal, ich mach jetzt so. Und dann ist sie halt wieder tot. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.